Jo Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zurück zum neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamerbrother-Freunde. Gestern ist das Future-Star-Event rausgekommen. Es gab wieder ein dickes Pack-Opening. Ihr seht hier die Stream-Highlights. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefällt. Und zieht euch das einfach rein. Wir haben fast 20 gezogen. Fast 19. Ich guck, wisst ihr, wie? Ich hätte gerne die 20-Folge waren. Ey, guckt es euch an. Future-Stars-Event. Wie findet ihr es? Ich finde sehr geile Karten dabei. Ich hoffe auf Jamal Muziala im Team 2. Bin ich offen und ehrlich, aber sonst ja nice. Gönne ich das Best of. Let's go. 19 Uhr. 5% auf Future-Stars. Das ist man gar nicht mehr gewohnt von Toti. Ja, doch, von Toti. So, wir gucken mal rein hier. Alter! 5-Star-Weekfoot und die Secondary-Positions. Bruder, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Gavi, Doppel-4-Hoch-Hoch. Flair-Pässe-Eigenschaft, sehr big. Alter, Beweglichkeit-Balance. Boah! Wudrick auch krass. Wudrick auch krass. Adejemi. 4-4. Adejemi auch geil. 15.000 Points haben wir noch. Ja, es ist passiert! Gavi! Nein! Egal! Es ist passiert! 50k Lightning Rounds. Der Bruder kostet Safe-Call 11.000 Münzen. Aber es ist passiert. Wir haben einen Future-Star gezogen. Bruder, nach 21 Minuten Pro-Animation sieht sehr geil aus, ja. Animation sieht sehr geil aus. Okay, Kosta-Quanta. Ich sehe hier keinen unter 86k. Also ist er meiner Meinung nach 86k wert. So ein Ding ist das. Ich bin gespannt, wie der bei Re... Geht der zu real? Erling! Kommen doch 26 Minuten eher, Bro! Kommen doch ein bisschen eher, Brodi! Nur ein bisschen! Nur ein bisschen! Kommen doch ein bisschen! Ja! Nein! Warum der... Ja! Perfekt! Geil! 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 Chat, seid ehrlich! Wenn ihr ihn seht, seid ihr Mashallah einfach der Hübsche. Guckt ihn euch an. Der Bart gepflegt. Gesichtsausdruck. Oh! Seiten? Leckischmecki. Sehr geil! Einfach fresh, der Bruder. Einfach der Hübsche. Ich sage nämlich auch. Smash! Smash! Ja, okay. Haben wir euch heute schon gehört? Wir skippen mal ein bisschen durch. Wo skippen wir hin? Nein! 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 Ich kann nicht böse sein, Bro! Ich kann nicht böse sein! Mit dir hat das Toti begonnen. Mit dir hat das Toti aufgehört. Ich kann dir nicht böse sein, Brodi! Ich kann dir nicht böse sein! Ich liebe dich! Ich hab... Nein, Chat, ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber ich hab den Team of the Year First Owner gezogen. Also, falls ihr nicht wusstet, ich hab euch gezogen. Falls ihr nicht wusstet. Dass die französischen Medien sagen, dass immer wir nicht spielen, könnten auch Mindgames sein. Ich geh mal davon aus, dass ihr das im ersten gespielt. Ich hab... Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hab auch so ein kleines Gefühl irgendwie. Oh, Hero! Ey! Let's go, Digga! Die Natale Hero! Sick! Was kostet der Bruder noch? Ist die Natale noch ein W? Bruder, was kostest du? Ich dachte, erst mal Kiesel hätte ich auch gefühlt. 500 K, 400 K, let's go, Digga! Die Natale Westerwand! Das sind anderthalb Curtis Toti! Ich rechne immer noch in Totis! Ja, okay, 380, ist ein Curtis. Curtis Toti, aber wir nehmen ihn. Ich glaub, ich lass ihn sogar erstmal... Ja, ich... Ich lass ihn erst mal. Sehr nice, okay! Da! Und die spielen in einer halben Stunde! England? Ich hab was Neues gezogen! Ich hab was Neues gezogen! Spence! Counter hoch! Counter hoch! Drei... Costa, Quanta, 11 K. Aha, aha, speichern. Weiter geht's. Wie geil wäre das, wenn Kai einfach gleich Premier League absagt und dafür Formel 1? Ja! Digga! Big to big! Lass uns drüber reden! Lass uns drüber reden! Lass uns doch drüber reden! Da ist doch ein dicker Fisch! Galulu 200 K. Let's go, Junge! Und er gibt mir einfach die Animation, nicht der Pisser. Gibt auch Animationen! Zeigt er mir Dani Olbo an. Ey, der ist sehr geil, den werde ich behalten. Hernandez, Maignan, ekelhafte Kombi. Und Secondary Position, RV-Chat. Ihr wisst genau, was passiert. Klassischer Broski im SBB. Hernandez, Kalulu, Außenverteidiger, Perfect Link. Ja, 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 ja. England. Uh, kann der was? Guéhi? Wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Kann er was? Geht da was? Counter auf 5? Ist Premier League. Sind da Premier League Tags drauf? Uh, Golo Bonte. Ja doch, ey, ist okay. 80K, 90K, 100K mitnehmen. Hat Butlan Tags drauf. Wichtig. Future Star Events hieß Jamal Musiala und er ist ne Goldkarte. Weißt du auch Bescheid, EA Sports, ne? Ja. Ja, gut, der Kostex ist der Keeper. Aber der Counter geht auf 6, Freunde. Wir arbeiten langsam. Wir arbeiten langsam. Diogo Costa. Bruder Mann, 79 Abschläge noch ein bisschen trainieren. Aber hast ja noch die Future vor dir. Future Star, come on. Spanien. Nein. Gönn doch bitte Garvi. Gönn doch bitte Garvi. Warum Fran Garcia? Ich hab ihn jetzt dreimal gezogen. Ist das der Scatter oder was? Ich hab jetzt drei Scatter gesammelt. Drei. Der nächste spanische Future Star ist ein Garvi. Das sind drei Scatter. Das ist Peck. Nochmal Future Star, come on. Nein, es ist nochmal der Keeper. Es ist nochmal der Keeper. Aber war ne gute Ausbeute, diese Lightning. Kann man sich nicht beschweren. Kaum das auf 8 gute Ausbeute. Aber von den Top-Spielern leider noch keiner dabei gewesen. Cash Out Mods. Keinen der Top-Future Stars gezogen. Future Star, let's go. Future Star, Spanien. Ach, Dinger. Ich hab ihn viermal gezogen. Es reicht. Es reicht, ernsthaft. Ey, viermal, viermal reicht, Digger. Viermal reicht, Chat. Viermal reicht. Alter. Mann, Günther. Oh, cool. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Es geht. Ja. Frankreich. Ja, wichtig. Wichtig, Kalulu. Wichtig. Wichtig, Kalulu. Wichtig, Junge. Und noch Toti daneben. Count auf 10. Aber es ist halt für die Wette nicht gut. Aber an sich. 200k schmecken sehr lecker. 200k schmecken sehr lecker. Aber es bringt halt leider nichts für die Sub-Wette. Weil die Teasys 92 gerade haben. Der zählt als 91. Komm, jetzt mal Back-to-Back machen. Na, das wär halt schön gewesen. Oh, erstes Back-Future-Star. Ja, nehm ich. Nehm ich, Untrade. Kann ich mitarbeiten? Kann ich mitarbeiten, meine Damen und Herren. Counter geht auf 11. Sonnenbrand, Sonnenbrand, Sonnenbrand. Ja, Sonnenbrand-Future-Star. Spanien, Frankreich. Ja, zum dritten Mal. Ich bin der Untrade-Zau. Ich bin der Untrade-Zau. Vavus. Digger, den Kalulu kann ich aber. Zum dritten Mal den Ehrenbruder. Ich will ja nichts sagen, Chad, ne? Aber watch out for the Hernandez-Kalulu-SBB-Perfectling-Kombi. Es wird passieren. Es wird passieren. So, jetzt geben wir noch einen Gabi. Komm, geben wir noch einen Gabi. Komm. Ja. Ja. Hab ich den schon Untrade? Counter 13, hab ich den Untrade? Ah, war weg. Ja, am letzten. Ich nehm auch den Torwart. Ich nehm auch den Torwart. Komm, ist ein guter Abschluss. Ist ein guter Abschluss. Nochmal den Keeper. Kann ich mit arbeiten. Kann ich mit arbeiten. Ich will noch nicht aufhören. Ich will nochmal. Ja, nee. Ja, der musste Untrade kommen. Der musste Untrade. Ja, 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 der musste Untrade kommen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Do it yourself, Bauhaus. Keiner braucht ein bisschen Gebäude. Waut. Ja. Nein. Ich schluss ihn ab. Ja, so ist es mit den Untrades. Schwierig. Komm, einen mach ich noch. Oh, Hero. Den hab ich doch auch Untrade. Oh, Gillette Abdi. Der ist gut, aber... Ah, Trümmer. Hab ich schon. Hab ich schon Untrade. Was hätte er gebracht? 222. F. Ja. Was ich beliebt hab. 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 17. Und ich hab ihn noch nicht. Ey. Eins auf 7. Steini. Uh, da bist du doch. Steini kommt Discord. Ich ruf dich gleich an. Zwei Packs kann ich mir noch gönnen. Ja. Ja, Alter. Gut. Noch gar nicht gezogen. Kudos noch gar nicht gezogen. Bruder. Okay. Das ist ein absolut geiles Pack zum Schluss. Let's fucking go, Junge. Alter. Geil. Bruder, ich hab halbe Futures da. Team. Alter, okay. Das ist killer. Auf 19 und finito. Bruder, was ein Pack, Alter. Was ein Pack. Eins kann ich noch. Ah, meine Points sind weg. Schade. Dann mach ich das noch. Das war's. Das war's. Finito. 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 Eigentlich will ich noch 20 voll machen, ne? Ist echt ein bisschen Grimpf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.